Willst du mal eine geile Anmoderation machen, Justin? Toll, Justin. Bitte, können Sie mal irgendwas geistig zurückgebliebenes Schreien? Schreiben. Und Servus, was geht? Oh, ich hab gut gefurrt. Dinger, was? Wir sind hier gerade an der ersten Halbstelle am Rastplatz und ich hab keine Ahnung mehr! Okay, die... Meine Midrash sind gar nicht zurückgeblieben! Ich will lieber die hier! Film nicht! Um 12 Uhr geht das die Führung los! Freut mich nicht! Freut mich auf Instagram. Hier ist eingeblendet. Freut mich auch, hier ist eingeblendet. Alter, move man! Was? Was hattest du mir alles vor? Jetzt kriegst du noch einen Kakkoi! Aua! Schlimmer den Arsch! Ey, Lars! Brennt sie uns einzuglaufen! Wenn du mir sagst, wie du heißt dann... Hier! 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 Geht's zum letzten Video! Hier! 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 Hör mal auf, hier reinzukucken! Du siehst schon! Wer hat denn den Arsch an meinen, Stein geschmissen? Du meinst den Schein an deinen Arsch geschmissen. Nein, meinen Schein an deinen Arsch. Ey, komm mal her. Tu deinen Schuhs dir mal rein. Die passt aber zweimal rein. Die Schuh ist noch besser. Sie meint das. Hahaha. Sie passt zweimal rein. Ey, Solita. 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 Wir bereiten uns gerade darauf vor, dich zu verqualtigen. Ja! Meinst du nicht er auf heute Abend? In dem Moment seid ihr nicht in seinem Zimmer. Zum Glück. Prepare your head. Oje. Sauer, das vollsteht. Nö. Der, what the freak. Servus, boys, what's up? Wir sind mal wieder an einem tollen Ort. Komm, zeig dich. Nein. Zeig dich. Doch, du bist wunderschön. Zeig dich. Kein Bock. Wir sind in Grafenegg. Oh, da Linde. Oh, Grafenegg. Ja. Wir sind in Grafenegg. Grafenegg ist eine Euterner Siegedenkstätte und ich hab keinen Bock da rein zu gehen. Das sieht mir einfach zu renoviert aus. Das ist tatsächlich. Das sieht zu gut davon aus. Das sieht einfach zu... Das sieht neu aus. Ey, können wir da mal ein bisschen die Glocke läuten? Ja. Easy. Easy. Okay, ich sollte mal aufhören, so auffällig zu vloggen. Ja, also, sehr schöner Geruch. Das ist super. Oh, ich geh zu eng. Was ist das? Deswegen stinkt sie auch so. Ich würde nicht mal die Glocke kennen. Ey, Janina hat's ja gebläst. Das stinkt mich auch. Ich kann ganz vorne sitzen. Das ist sehr interessant. Ich hab meine Oma die gleichen Fliesen ins Schlafzimmer. Es geht runter. Ey, ich guck zu sehr. Autofocus funktioniert nicht. Ich guck jetzt nächste Woche nicht auf YouTube. Das ist dein Gesicht des nächsten Samstag auf Julian. Das ist der Bus für Preuß. Was geht? Wir sitzen immer auf dem Bus. Wir fahren jetzt gleich wieder weiter. Wir sind aus Grafenegg raus. Es gibt leider keine Szenen von mir, weil es gab nichts interessantes, was ich hätte filmen können. Ich hab meine eigene Musik gehoren sehen. Tust du das? Ja. Nein. Ich hab meine Musik. Ich hasse Musik. Ich hasse Musik, die andere anmachen. Ich will meine Arzt. Hörer nutzer laut. Ja, das ist eine sehr weise Entscheidung. Nicht wahr, Luna? Kann man sie buchen? Nein. Das wäre echt cool, wenn man das könnte. Sie sehen sehr professionell aus, wie sie Haley's rücken. Das macht sehr viel Spaß. Das ist doch keine Masse. Die hat die wieder geklaut. Ja, das ist super. Achst du. Na, Haley lässt du dich verbrauchen, Alex. Wir fahren übrigens immer noch. Und ich hab's eigentlich keinen Bock mehr drauf. Langsam. Ja, mach wieder was. Das ist lecker. Laut Google Maps sind wir es noch. Kann das Auto ISO bitte funktionieren? Danke. Das heißt, wir fahren noch ungefähr 40 Minuten, dann geht's ins Hotel. Und dann gibt's Essen. Und dann gibt's... Und dann Megis? 6 Uhr gibt's Zeit. 7. Ja, wow. 6 Uhr. 6 Uhr haben wir rum. 6 Uhr haben wir doch nicht. Nein. Trotzdem. 40 Minuten, das ist genau 6. Das ist doch scheiße.